Wir haben angefangen mit Fußballtennis. Das muss ja auch mal ein bisschen Spaß bringen. Und zwar nur zu zweit, beziehungsweise müssen wir zu dritt ein bisschen Technik aufhärmen. Das andere mit den Playspots habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, dass sie gerade, wenn sie einen Tag oder eineinhalb Tage Pause hatten, müssen sie gleich auf Farben reagieren. Es stresst sie manchmal ein bisschen, aber auf jeden Fall nimmt sie vom Kopf so weit, dass man dann schon merkt, dass sie auf jeden Fall wacher sind bei den nächsten Übungen. Das hat auch einen Trainings-Effekt, schneller Sachen wahrzunehmen. Das muss halt auch mal sein, gerade jetzt, wo wir Spielpreis-Wochenende haben, um sie mal ein bisschen zu kitzeln. Und das ist dann einfach nur, dass man mal ein bisschen, auch für Torhüter, in einen Ausdauerbereich kommt. Man hat ja gesehen, es strengt sie an, über diesen Punkt drüber hinweg zu gehen, da was zu machen. Und so war das Training. Wir sollten euch mit den Pobe auf einmalね, wir wollten das, was zu machen. Mögen, ihr Prozent. Ich sehe ja ganz gut, sie müssen.